Guten Morgen meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex am Morgen hier im persönlichen Markthaus- und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler und wir haben Dienstag, den 10.02.2015, 8.53 Uhr ist es ganz genau. Es ist wichtig, dass heute der 10.02.2015 ist, denn wir hatten ja vor einiger Zeit die Nachricht, dass die EZB vom 11. Februar an keine griechischen Staatsanleihen mehr als Sicherheit akzeptiert. Das ist erstmal eine wichtige Nachricht, auf der anderen Seite auch gleichzeitig wiederum nicht. Warum? Nun, es geht um Liquidität. Griechische Banken brauchen Liquidität. Dafür werden Staatsanleihen bei der EZB so gesehen dann als Sicherheit hinterlegt und das akzeptiert die EZB nicht mehr, dass man also jetzt mit Staatsanleihen ankommen kann, die als Sicherheit hinterlegen kann und dafür Geld bekommt. Normalerweise würde Griechenland jetzt ein Liquiditätsproblem bekommen, denn allein im Januar sind 14 Milliarden Euro abgehoben worden und man spricht von einem Liquiditätsproblem von 60 Milliarden. Es gibt dafür bei der EZB aber noch ein sogenanntes ELA-Programm, ein Emergency Liquidity Assistance Programm. Und da kann so gesehen Griechenland sich noch Geld besorgen, allerdings nur solange, solange kein Veto dagegen eingelegt wird. Der EZB-Rat muss also im Prinzip nicht dieses ELA genehmigen, hat es aber dennoch getan. Man geht davon aus, dass man maximal ein Jahr dieses ELA für die Griechen akzeptiert, aber darüber hinaus eben nicht. Das heißt, wir sehen hier deutlich eine Zeitproblematik. Auf jeden Fall wird eben jetzt nur noch auf dieses ELA-Programm gesetzt werden können, weil ab morgen, ab dem 11. die griechischen Staatsanleihen nicht mehr als Sicherheit akzeptiert werden. Naja, und das war sowieso schon ein bisschen riskant mit den Sicherheiten, weil eigentlich sind die griechischen Staatsanleihen so runtergewertet oder bewertet worden, dass man das als Sicherheit überhaupt nicht mehr akzeptieren kann, rein von der rechtlichen Thematik her. Aber nun gut, die EZB hat das akzeptierte es bislang, aber jetzt läuft, wie gesagt, diese Frist aus. Und jetzt wächst natürlich auch irgendwann der Druck auf Brüssel, weil jetzt läuft so eine Art Notprogramm, dieses ELA-Notprogramm. Und spätestens dann, wenn dieses ELA-Notprogramm ausläuft, beziehungsweise wenn dann Veto eingelegt wird, wenn man sagt, nee, wir möchten dieses vom EZB-Rat, wir möchten dieses Programm nicht mehr genehmigen, spätestens dann hat Griechenland ein größeres Problem. Das heißt, hier sollten sich durchaus die Fronten ein bisschen bewegen, weil auch Alexis Tsipras weiß, wenn spätestens ELA nicht mehr genehmigt wird, dann hat er ein Problem, beziehungsweise die Banken und dann fehlt Liquidität. Das findet hier dann ab morgen eine gewisse Signifikanz. Der Euro zeigt sich diesbezüglich noch relativ unbeeindruckt, pendelt aber momentan in so einer Art Starre. Die Situation ist, wie sie ich so beschrieben habe, durchaus gespannt, weil die Liquidität und die Zahlungsfähigkeit Griechenlands hängt eben nur noch an dieser Notfallklausel, an diesem Notfall-ELA-Programm. Und das läuft nur so lange, solange der EZB-Rat jetzt maximal vermutlich für ein Jahr sagt, wir genehmigen das. In dem Moment, wo es nicht genehmigt wird, bricht das griechische Finanzsystem zusammen. So kann man es zusammenfassen. Und daher schaut natürlich alles, alle Welt auf Alexis Tsipras und natürlich die mögliche Einigung oder auch Nicht-Einigung. Und so nah stand Griechenland noch nie vor einem Euro-Austritt. Und das ist hier durchaus bedeutend. Der Euro, wie gesagt, hier abwartend. Weder long noch short. Das ist durchaus verständlich, dass wir jetzt hier keine nennenswerten Verwerfungen sehen. Denn spätestens, wenn irgendwas mit diesem ELA-Programm sein sollte, spätestens da, sollten wir dann deutliche Bewegungen und Ausschläge sehen. Nun ja, jetzt zur technischen Seite. Angesichts dieses sehr ruhigen Verhaltens im Euro, sind natürlich auch hier kaum Bewegungen vorhanden, die man traden könnte. Momentan pendelt er zwischen dem Vortagestief und dem Vortageshoch. Man sieht, die Spanne ist nicht wirklich groß. 89 Pips ist nicht wirklich viel. Bricht er das Vortagestief? Das wäre ein bärischer Impuls. Nächste Unterstützung 61 Achter Retracement bei 1,1215. Unter 1,12 hätten wir dann Platz bis in den Bereich. Das wäre die Vorwochen-Tiefausdehnung bei 1,1080. Also der nennenswert qualitative Short bleibt weiterhin erhalten, aber allerdings hier unter erst 1,12 unter dem 61 Achter Retracement. Leicht bullische Impulse könnten zwar heute über dem Vortageshoch stattfinden, sind allerdings innerhalb dieser Range zu sehen. Bedeutet, Widerstände liegen hier bei 1,1415 und bei 1,1520. Erst ab 1,1540 hätten wir dann Potenzial bis 1,1690. Das wäre hier dann im Prinzip das obere Setup. Aktuell, wie gesagt, an der unteren Range kann sich ein bisschen stabilisieren. British Fund, US-Dollar. Momentan weder bullisch noch bärisch. Wir kriegen da heute Nachrichten rein, die nicht ganz unerheblich sind. 10.30 Industrieproduktion und die Erzeugung im produzierenden Gewerbe für den Monat jeweils Dezember. Die wirken sich durchaus volatilitätserhöhend aus. Eine gute Unterstützung wäre heute nochmal kurzfristig bei der 1,51,73. Stop Loss wäre hier relativ eng zu setzen bei der 1,51,50. Etwas weiter wäre 1,51,30. Und dann wäre hier unten eine mögliche Longposition sicherlich denkbar. Kurzfristig gesehen haben wir zwar hier noch einige Widerstände, aber das Momentum ist noch bullisch zu betrachten. US-Dollar, Japanisch, Yen hatten gesagt, doppeltes Dreieck. Sowohl das Dreieck hier im Bereich dieser Trendstufe, im Bereich der 118er Marke, kann sich hier bullisch entwickeln. Das sieht gut aus. Hat auch jetzt hier die bullische Flagge nach oben hin getriggert. US-Dollar, Japanisch, Yen sollte sich weiterhin bullisch entwickeln. Weitere Anstiege und eine Beschleunigung des Trends sollte dann hier über der 119er Marke stattfinden. 119,33 gefällt mir prinzipiell ganz gut. US-Dollar, Kanadisch-Dollar, momentan in einem Dreieck. Allerdings der Hinweis, selbst wenn das Dreieck Short gebrochen wird, hier unten im Bereich der 1,23er Marke, im Bereich der psychologischen glatten 1,23er Marke liegt die Monats-SMA 200. Das heißt, der Short wäre hier riskant, gerade wenn man sich das hier so anguckt. Ansonsten wäre nochmal die Long-Position über 1,2550 denkbar. Australisch-Dollar, US-Dollar, da gibt es momentan keine Notwendigkeit zu agieren, wenn überhaupt die Long-Position über 0,7875 oder eben hier der Short hier drunter momentan seitwärts. Neuseeländisch-Dollar, US-Dollar zeigt sich bullisch, bullisch aber nur auf dem Stunden-Chart. Wir haben hier momentan steigende Tiefpunkte, gleichbleibende Hochpunkte 0,7450. Das ist hier die relevante Marke, meine Damen und Herren. Ansonsten muss man immer noch das klar herausstellen, selbst wenn wir heute durchbrechen, was kurzfristig sicherlich für einen interessanten Long-Trade nutzbar wäre, aber spätestens hier im Bereich der 0,7620 sollte wieder ein qualitativer Short möglich werden. Gut, Euro-Britisch-Fund, Short bleibt weiterhin hier das überwiegende Marktmomentum. Unter 0,74 erwarten wir weitere abwärtsgerichtete Verkäufe. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Britisch-Fund, Australisch-Dollar. Zieht ein bisschen an, ja ist okay, Vortag ist tief, untere statistische Wochenbandbreite. Das ist soweit in Ordnung, der ist hier momentan seitwärts gerichtet. Ich meine, der muss jetzt nicht anziehen. Wir bleiben aber dennoch dabei, ein Ausbruch über die 1,97er Marke sollte Momentum bringen, vielleicht sogar durch die Zahlen um 10.30 Uhr. Dann Euro-Japanisch-Yen, Long-Position auch da, Vorsicht ist geboten. Erst ab 136 japanischen Yen pro Euro gehen wir hier long. Britisch-Fund-Japanisch-Yen zeigt sich positiv. Ich bin ehrlicherweise ein bisschen überrascht, weil ich dachte eigentlich nicht, dass das Setup noch aufgeht. Wenn Sie sich an die gestrige Ausgabe erinnern, dann hatten wir zwei Einstiege vorgeschlagen. Weil der sah einfach ein bisschen schwach aus, aber hat sich eigentlich ganz gut entwickelt. Wir hatten gesagt, entweder der Long über 182er oder hier im Bereich der 180.30. Und seitdem ist er jetzt 70 Pips angestiegen. Also das ist zufriedenstellend. Warten wir es mal ab, wie er sich noch entwickelt. Und Australisch-Dollar-Japanisch-Yen hat sich auch einigermaßen positiv hier noch entwickeln können. Also 60 Pips geht. Aber man muss ganz klar sagen, der ist schwächer. Also da war der Britisch-Fund-Japanisch-Yen deutlich angenehmer. Was den DAX anbetrifft, der startet heute ein wenig stärker. Wir hatten gestern einen Schlusskurs bei 10.651. Wir haben dann einen Eröffnungskurs gesehen von 10.676 Punkten. Also knappe 20 Punkte oder was sind wir ein bisschen stärker gestartet. Das liegt vor allem am Dow Jones. Denn der hat hier über Nacht diese wichtige Trendlinie angetestet. Und konnte erstmal daran abprallen. Und das führte eben dazu, dass der DAX sich ein wenig stabilisieren konnte. Naja, im DAX ist es so, dass wir hier momentan weder Long- noch Short-Positionen aufbauen werden. Short-Positionen keine, weil wir bekommen spätestens bei 10.545 Punkten die wichtige Tages-EMA 20 inklusive der letzten Tiefs. Und das ist eine durchaus stärkere Unterstützung. Aber er ist momentan auch relativ schwach unterwegs. Zumindest jetzt kurzfristig gesehen, weil die Korrektur hier eventuell begonnen hat. Die übergeordnete Korrektur auf dem Tages-Chart. Die bis 10.130 Punkten gehen kann. Und daher Zurückhaltung aktuell im DAX. Geht es unter die 10.530, kann man davon ausgehen, dass wir hier die 10.330 sehen. Das ist halt eine Korrektur. Da muss man sich halt klar sein, dass Korrektur-Setups meistens schmutziger laufen. Aber das wäre hier so die nächste relevante Marke. Ansonsten Long-Positionen werden erst nochmal bei 10.860 Punkten relevant. Wird sich zeigen. Also beim DAX eher Zurückhaltung. Britisch-Fund-Japanisch-Yen sieht gar nicht schlecht aus. Der scheint hier zu ziehen. Und weitere Long-Positionen wären auch über 181,90, unter 82 Positionen pro Britisch-Fund denkbar. Also hier ist die Position durchaus sehr, sehr positiv. Und natürlich US-Dollar-Japanisch-Yen. Das ist sicherlich auch nochmal ein Kandidat. 119.30, den gilt es auch im Fokus zu haben. Der zeigt sich hier relativ bullisch. Und gerade über die 119.40 sollten wir Momentum sehen. Das war es von meiner Stelle aus. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich würde mich freuen, wenn Sie das Video positiv bewerten möchten. Wir hören uns heute Abend wieder. Ich sage wie immer, good trades. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.